ja es ist ganz gebrochenes Bein das mal rot ist mehr in der Abstand ist ich brauche China es komme ich hier nicht nach Hause in der Gesundheitskiste ich bin auch draußen ich könnte es nur gar nicht herstellen muss man skillen das muss man doch nicht skillen oder doch ich könnte es nicht her was braucht man für eine Schiene im Moment Stoff und Holz eigentlich so gell ne Klebeband braucht man noch nicht so schnell doch dringend es tut weh ja du wartest ja schnell an mir vorbeirennen danke ach jetzt sag dir du bist dein Schatz naja sagt sie jetzt wieder Essenskiste wir haben ja mal was zu essen da ach ist das schön ein Träumchen man guckt in die Essenskiste und da ist auch Essen drin irgendwas brummt hier ich bin es nicht hoffe ich ich bin es nur zurück ne ne zombie okay wie bin ich hier du lebst noch wenn du nicht verhungerst ja ich lebe noch bin ich so haben wir noch irgendwo solches schwarzes eisen hier dieses normale eisen eisen wenn es in deiner forge kiste nicht ist ich habe noch ein bisschen was in der kleidungskiste aber das wollte ich eigentlich für das alteisen herstellen wieso zum türen auf werden wo bist du jack bei den türen und überraschung dabei sie aufzuwerten kann ich nicht ich wollte sie aufwerten mir er versucht kommen wir mal entgegen wo bist du ja nicht lang aber ja erst mal danke chili ja danke chili das nächste mal bitte mehr dann machst du deine türen selber ist mir auch egal wer hatte die cloud nicht nicht weiß zwar nicht was aber die küchenschränke die ich habe jetzt 122 mal trübes wasser in die essenskiste gepackt also wenn da irgendwie das benötigt wird sehr gut ich brauche beton wo bist du jack bei den türen ich bring dir was alle arbeiten alle so schweigsam ich bin eine armeise muss arbeiten 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 ja dann quatsch nicht arbeite die hat immer so eine freundliche art ne mit der rede ich nicht mehr gott sei dank es hat lange genug ich habe lange genug drauf hingehauen hättest du wohl gern war ehrlich das wird mir gefallen kannst du sowas von vergessen schade wird gleich bestraft die große erst neun monate später genau alexa sie ist sie ist sehr leise heute ne kann es sein oder habt ihr sie gehört den letzten drö habe ich gehört okay sie ist halt manchmal schüchtern ja sind so viele da da ist ein bisschen schüchtern ich klatsche den zombies jetzt einfach so viele türen vor die nase dass sie nicht durchkommen ich wollte schon sagen ich habe einen bug bei mir hat gerade alles gebrannt was ich in die hand genommen habe wo ist die schreierin irgendwas ist gerade in den spikes verändert na hoffentlich die schreierin willi wieviel leben hast du schon 100 100 ach leben meinsch leben leben habe ich bestanden 1600 die werkzeugabteilung ist nicht die schnellste das werkzeug ist schon lang fertig ihr müsst nur nehmen jetzt ist schon wieder sapra lot das segmüller und handelt mir nicht denn immer sind die spikes weg dann kommt zu chili die hat ganz viele spikes ok ich bin schon unterwegs ich komme dir gleich einen schritt entgegen ich komme dir gleich einen schritt entgegen die bäume ein ich bin im tunnel den jack gerade aufgewertet hat also jetzt kommen immer noch mehr türen hier rein habe ich doch gesagt ich klatsche denen jetzt einfach so viele türen vor die nase die ist den wald vor lauter türen nicht oder wie war das nach dem zombie wahrscheinlich das ist ja luxus unterzieht nur 37 spikes warte bleibt mal stehen oder bleibt da in der nähe wo du jetzt bist ich bin oben bei die zement den kannst du mir gleich mitbringen Was mitbringt, den Zement? Den Zementbetons, Gedöns. Oh, Blut, Blut. Blut, Blut. Ein A-Ihr-Trops. A-Ihr. Wieso werden wir denn zwei? Wie geil ist das denn? Ja, guck mal. Zwei? Wo ist denn die Jake? Die Jake. Cool. Die Betonmuschung liegt hinter dir. Ich hole jetzt Eide. Dankeschön. Bitteschön. Lut, Lut. Esse. Esse. Lut, 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 Lut. Wahrscheinlich Dosen. Vier Schinkenspeck mit Eidee drin. Danke fürs Kochen. Gerne. Solange was da ist. Wer geht denn jagen? Wo soll ich den Claimer hin, die ich wegräumt? Ich gucke mal, was ich jagen kann. Ja, ich habe auch noch Spikes in der Tasche, aber jetzt gehe ich eben erst den Boot holen, ja? Okay. Oder brauchst du die jetzt sofort? Nein. Hat noch Zeit. Ich glaube, Manu hat schon den ersten. Den ersten Spike hatte ich. Ach, Mikro wieder gemutet. Ich wollte gerade sagen, du brauchst das Boot nicht zu holen, ich stehe direkt daneben. Ich sage das jetzt sicher 50 Mal. Welches rechte oder linke? Ich kann beides holen, die sind nicht weit auseinander. Ja, und bei dem rechten bin ich jetzt gerade. Ja, man ist beim anderen. Dann passt. Vielleicht wollte ich ja nicht mit dir reden, vielleicht habe ich ja absichtlich nicht zugehört. Wow, was gab es denn? Es gab eine Schrotflinte, Munition, Chili, Nudeln, Erbsen, Kratzenfutter. Ich habe Maschinenpastolen im Erzigen. Große Rindfleisch, Dose Chili, Dose Birnen. Cool. Oh, nein, Jack. Da waren wir vier. Oh. Ich wollte jetzt gerade sagen, da kann ich auf den Spikes warten. Habe ich mir schon gedacht, aber nein. Ich hätte auch nicht gelacht. War mir klar, aber nein. Nein. Es war ein Wolf. Sagen Sie aber. Es war wirklich ein Wolf. Ja, ja, ja. Kannst du das beweisen? Ja, mein Rucksack liegt hier. Na und? Ja, dann hat mir jetzt jemand weggetragen. Kein Beweis. Meinst du, dass der Wolf neben deinem Rucksack wartet, oder was? Das wäre jetzt schön gewesen, aber... Nee, aber wenn mein Rucksack nicht in den Spikes liegt, dann kann ich ja nicht in den Spikes gestorben sein. Jo, ich bin jetzt der Wolf. Ich warte neben Jacks Rucksack, bis er mir das Fell über die Ohren zieht. Nee, das wäre jetzt echt cool, weil das wäre Fleisch. Jetzt ist er weg. Ja, toll, Jack. Ehrlich. Und, weißt du, und ich habe mindestens fünf schreiende Leute zu Hause, die was zu essen haben wollen und so gehst du mit unseren Ressourcen um. Ja, hat nichts besser zu tun, als in die Spikes zu laufen. Ja, echt. Und einem Wolf die Schuld zu geben. Ja, genau. Finde ich auch nicht gut. Wenn ich jetzt selbst in die Spikes laufen würde, wäre das übel Karma, ne? Hm. Ich enthalte mich einfach und warte, bis du wieder in den Spikes hängst. Man muss ja nicht auf alles eingehen. Ja, klar. Ich würde ja noch mehr Tönen bauen. Kann ich machen. Das letzte Mal sind sie da durchgekommen, also muss ich zumachen. Oh, wow, ey. Eine Stunde müssen wir oben bis hier. Es reicht ja, wenn keine Horde ist, wenn wir die letzte Tür zumachen. Müssen wir ja nicht alle zumachen. Nur eben zur Horde alle zuklappen. Reden Sie uns auf Toilette. Wir haben eine Toilette gebaut. Wir haben eine Toilette? Ja, da steht sie drin. Aha. Haben wir auch eine Dusche? Dann fange ich an zu weinen. Guck da. Oh Gott, den zu letzten Tag. Dusche ist in Arbeit, aber dafür brauche ich ganz, ganz viel zerbrochenes Glas und Metall. Ja, nee, vergiss es. Deswegen. Ich wärme der zu Letze. Wir haben endlich ein Klo. Danke. Wir müssen nicht mehr ins Beet scheißen, äh, in den Blumentopf. Doch, ich brauche niemanden. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich die Gartenarbeit machen würde. Ja, ja, jetzt verstehe ich. Chili, du machst den Garten. Mhm. Du wolltest. Es nützt nix, die Tür anzusperren. Ich krieg die auf, weil ich sie gesetzt habe. Fuck. Falls ich jetzt gleich sterben sollte, hier ist ein Wolf. Ja, ja, klar. Oh, guck, er läuft schon wieder auf die Spikes zu. Setz noch mal Pflasterstellen in der Bergkant an, ne? Gut, dann esse ich das Fleisch von dem Wolf, den ich jetzt erlegt habe, alleine. Jackie, wo bist du denn? Ist rohe Fleisch? Ja. Okay, dann, guten Hohen. Ich kann's auch verarbeiten. Du kannst, du kannst mir mal bitte mein Werkzeug reparieren. Weil ich hab jetzt so viel gearbeitet, dass meine Axt und meine Spitzer sind beide hin. Beide kaputt sind. Wegen euch hab ich jetzt was falsch gesetzt. Wenn ich zurück bin. Ja, klar. Du hast ja gesagt, jemand muss jagen. Ich hier, so. Dann kannst du jetzt nicht weiterarbeiten. Dann machen wir's anders. Du hast anderes Werkzeug. Nee. Geh in den Garten. Die Axt ist kaputt. Die Spitzhacke ist kaputt. Geh in den Garten. Geh düngen. Welche Kiste packen wir das? Ich geh düngen. Was? Was ist Loot? In die Angel wegräum, Kiste, die hängt da so auf halb siehme bei den anderen Kisten so an der Wand ein bisschen herabgesetzt. Siehst aber auch, wenn du ins Haus reinkommst, nach links oben guckst, da siehst du so auf halb siehme hängen. Links oben. Pass auf. Stell dich einfach auf alle anderen Kisten und geh, dann siehst du ja, wo das Loch ist und da hängt eine Kiste. Hast du gefunden? Noch nicht. Okay. Warte, ich muss sowieso, ich komme sowieso jetzt nach Hause und dann zeige ich dir, wo. Das ist die wichtigste Kiste im ganzen Haus. Ja. Ist das eine Anzeigeback, dass ich nur 108 und 120 Leben habe? Ist halt nicht voll, dein Leben. Ja doch, ich regeneriere ja eigentlich über Zeit immer ein HP und aber passiert gar nichts. Wie viel Essen hast? Wie viel ist dein Stand des Essens? Wenn du, du musst mehr, über die Hälfte an Essen drin haben, wie dein Leben ist, dann... Das ist nicht 208. Von? Trinken, Krankheiten, Pest, Syphilis, sonstiges. Trypods. Hepatitis. A, B und C. Wo krieg ich das hin von? Wie viel? Wenn du in dein Menü gehst, da auf dieses Manikiken, da Charakter, Mensch, Dingsbum, Symbol. Und dann hast du oben links diese... Schaut aus wie Empfangbalken. Ah, hast du gefunden? Ja, da habe ich Nahrung 136 von 100 und Wasser 152 von 120. 36 von 100 musst du auf 50% haben. Es was. Ich habe 136. Ich habe Nahrung 141 von eigentlichen 100 und Wasser 152 von eigentlichen 120. Das ist dein Problem, deswegen haben wir auch nichts zu essen. Du hast dich überfressen. Ja. 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 Guck mal hier, jetzt weiß ich auch... Ich stehe den ganzen Tag am Herd und bin am Kochen. Ja. Und der hat ja gleich mal das Essen fast doppelt. Das schmeckt halt. Das geht ja gar nicht. Das schmeckt. Vielen Dank. Was ist denn eigentlich das hier? Das ist die Mine hier, oder? Was ist das Ding da neben uns am Haus aus Holz? Ja. Dann darf es aber nur nachts rein. Manu, warst du zufällig, wie du schneller... Check war jetzt auch am Tag drin. Keine Ahnung. Pass auf, du gehst auf die Kiste, dann hältst du die Shift-Taste gedrückt und klickst dann mit der linken Maustaste dann die Sachen an, dann schmeißt du das schneller rein. Das hättest du mir vorher sagen können. Dann musst du da nicht alles einzeln reinschmeißen. Das hättest du mir vorher sagen können. Ich wusste es ja nicht. Ich wusste es nicht. Soll ich das geschmiedete Eisen in die für die Forge-Kiste packen? Check. Das geschmiedete. Ja, diese Silberlagen im Baren. Äh, Moment. Bin grad im Notstand. Schreierin! Nee, Ferala. Mach mit dem Wolf. Oh, nicht doch. Nee, ich hab Ferala. Gut bei. Scheiße. Ich bin nicht in der Nähe. Oh, Ferala. Okay. Okay, der hat nicht gefressen. Ist jetzt bestimmt Zeit. Was war das nochmal mit geschmiedeten Eisen? Ob ich die irgendwie für die Forge packen soll? Ich weiß ja, wer von uns überfressen ist. Ich bin nicht in der Nähe. Ich bin nicht in der Nähe.